70 Studenten in einer Reihe. Der Fotograf Andreas Magdans hat sie in den Hambacher Forst geholt. In den nächsten Stunden sollen sie dort 10.000 Fotos schießen, eine Landschaft dokumentieren, die es so bald nicht mehr geben wird. Es irritiert zum einen, gerade wenn man den Zauber hier erlebt, der jetzt noch aktuell da ist. Es gibt aber auch die Ahnung auf das, was kommen wird. In 2 Jahren wird genau das, was wir hier sehen, nicht mehr vorhanden sein. Dieser schöne, dichte Wald, wie wir ihn hier erleben, ist dann einfach verschwunden. Für das bisschen Kohle, was hier noch drunter liegt, ist es ja eigentlich absurd. In wenigen Jahren werden die Bagger des Energieriesen RWE den Hambacher Forst gefressen haben. Denn der weltweit größte Tagebau liegt unmittelbar hinter dem Waldgebiet. Trotz Energiewende erlebt Strom aus Braunkohle in Deutschland gerade einen Boom. Andreas Magdans und seine Studenten wollen das, was noch da ist, erhalten, als Fotoepos den Wald unsterblich machen. Das heißt, wenn wir nachher diese Reihe gebildet haben, werden wir im Abstand von 20 Metern immer wieder eine Aufnahme machen, bis wir an den Wald rankommen. Die 10.000 Bilder, das ist jetzt auch so angedacht von mir, dass jeder, auch mit dem Hinterkopf behalten, jeder 100 Bilder macht. 100 konzentrierte Aufnahmen. Eine forensische Bestandsaufnahme nimmt Andreas Magdans sein Projekt. Achtung, jetzt gleich alle in der Kette die Hände hoch, damit jeder es kapiert hat. Alle Hände hoch. Und los, fang dann zu arbeiten. Viel Erfolg, viel Spaß. Zum Fotografieren stellt Magdans die Studenten wie einen Polizeisuchtrupp in einer Reihe auf. Wir wissen inzwischen, Braunkohle ist ein Energieträger, der nicht mehr notwendig ist. Wir wissen über die Emissionen. Und wir wissen vor allem, wir haben auch die Alternativen. Das ist eigentlich der springende Punkt. Und es geht trotzdem weiter, trotz besseren Wissens. Und entscheidend ist im Grunde dahinter, dass RWE oder andere Großkonzerne börsennotierte Unternehmen sind, wo Dividenden ausgeschüttet werden. Und am Ende ist es, das ist jetzt das Gruselwort, aber am Ende ist es der unzivilisierte Kapitalismus. Gegen die Zerstörung des Hambacher Forst wollen sie ein Zeichen setzen. In einem Camp halten Aktivisten seit zwei Jahren Wald und Wiese besetzt. Sie wollen den Rest des einmal über 4000 Hektar großen Waldgebietes vor der Abholzung retten. Zweimal wurden ihre Häuser bereits mit großem Polizeiaufgebot geräumt. Immer wieder kommt es auch zu Zusammenstößen mit den Sicherheitsleuten von RWE. Es ist immer präsent, gerade durch die Security von RWE, durch die verschiedenen Unternehmen, die angestellt sind von denen, die immer wieder hier vorbeifahren und uns filmen. Und dann haben wir fast täglich einen Hubschrauber, der über uns kreist und uns beobachtet. Ein Kampf von David gegen Goliath, der erfindungsreich macht. Hoch in den Bäumen haben die Aktivisten neue Häuser gebaut. Der Weg dorthin ist nicht so leicht zu finden. Im Fall einer Räumung müssen sie erstmal Barrikaden wegräumen. Sprich, wenn sie hier lang kommen wollen, müssen sie das erstmal wegräumen. Das bedeutet einfach mehr Arbeit, mehr Stress und für uns besseren Schutz. Und dass wir halt auch schneller bemerken, falls geräumt wird. Nur wenige Kilometer entfernt, Immerath, seit zwei Jahren ein Geisterdorf. Widerstand der Bewohner gab es hier kaum. Sie mussten gehen und sie gingen. Also es ist immer dieses Aufgelassen natürlich, was fasziniert. Es ist diese Beseeltheit dieser Lehren auch, die immer noch spürbar ist. Ja, auch wenn man, man sieht es von außen, man ahnt es schon von außen. Und wenn man dann in diese Häuser hineingeht, ist es natürlich noch intensiver. Es ist auch so, dass, also ich bin immer versucht, Psychogramme zu entwerfen. Ich gehe hier durch und denke, wie war das Leben hier? Wer hat jetzt hier, war das Else Schopen, wie da vorne die ältere Dame? Oder war es eine Bäuerin? Wie auch immer. Das sind also permanent Projektionsflächen und Fantasieflächen, die irgendwo besetzt werden. Andreas Markdanz hat auch hier mit seinen Studenten ein Fotoprojekt durchgeführt. Die Bilder, Schatten eines vergangenen Lebens. Der Erste, der verkauft, wird quasi noch belohnt. Der Nachbar überlegt sich dann auch zu verkaufen und so weiter und so fort. Und am Ende sehen wir das, was jetzt hier passiert. Also kein Widerstand, die Dorfgemeinschaften pulverisiert. Und wir haben dieses Potemkinsche Dorf jetzt hier, was mal belebt war. Gerade diese Kreuzung, wenn wir jetzt hier die Straße runtergehen nach 200, 300 Metern, beginnt die Grube. Zurück am Hambacher Forst. Hier arbeiten sich die Studenten Stück für Stück durch den Wald. Konservieren mit ihrem eigenen Blick, was bald Vergangenheit sein wird. Die 10.000 Bilder sollen später in Ausstellungen Zeugnis ablegen über den Verlust einer Landschaft. Die einst dicht befahrene A4. Stillgelegt. Dahinter beginnt bereits die Kohlegrube. Hier endet der Fotomarsch. Es ist hier heute ein Endpunkt gefunden worden mit den Studierenden, mit diesen 10.000 Bildern. Aber die Geschichte an sich ist noch lange nicht zu Ende. Verhindern werden Andreas Magdans und seine fotografierenden Studenten die Zerstörung des Hambacher Forstes nicht. Aber ihre Bilder werden bleiben. 1. Aktuell nicht mehr zu Ende despauslen functions. Azergewöhn Anwälsch